Hallo und herzlich willkommen zur vierzehnten LinkedIn Show mit Datenschmutz, die vierzehnte Ausgabe insgesamt und die fünfte Livestream Edition. Wir haben heute ein Thema, das glaube ich Ihnen allen viel Zeit und Nerven ersparen kann. Ich habe mich mal umgesehen im Extension Directory von Chrome, um herauszufinden, was sind denn so die nützlichsten Erweiterungen und Softwarehelfer für LinkedIn, die Zeit sparen und den Umgang mit der Plattform auch einfacher machen. Also das wird heute unser Hauptthema in der Show sein. Dazu gibt es einen Gastbeitrag von Martin Goldmann und natürlich wie gewohnt und wie jede Woche die Status Updates der Woche. Heute sozusagen die Halloween Edition. Ich verzichte aber trotzdem auf mein Horrorclown Outfit. Und eine Anmerkung noch bei den Softwarepaketen, bei den Extensions, die ich Ihnen im Folgenden vorstellen werde. Da handelt es sich natürlich um lauter Programme, die auch den offiziellen Richtlinien von LinkedIn entsprechen. Es treibt sich ja im Chrome Store und auch sonst im Web einiges an Automatisierungstools herum, mit denen man wunderbar innerhalb weniger Stunden hunderte Personen zuspammen kann. Diese Hersteller versprechen dann auch immer eine Maximierung der Reichweite und so weiter. Was man damit in der Praxis normalerweise erreicht, relativ zuverlässig, ist die Sperrung des eigenen Accounts. Daher würde ich von Tools wie DuckSoup und Co. und da gibt es wirklich eine ganze Menge, ich würde sogar sagen der Großteil der Extensions gehen in diese Richtung, da würde ich die Finger davon lassen. Aber wenn man mit entsprechenden dicken Gummihandschuhen ein wenig im Müll wühlt, dann findet man auch die eine oder andere Perle. Also herzlich willkommen an alle Zuseher. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und natürlich wie immer Fragen, Kommentare und ein kurzes Hallo sehr gerne. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Und damit kommen wir kurz im Überblick zu den 8 Erweiterungen, die ich Ihnen vorstellen möchte. Das ist zum einen CV Timeline vor LinkedIn, eine Erweiterung vor allem für Recruiter, LinkedIn Notes, eine Funktion, die super praktisch ist, Notizen auf Profilen hinterlassen, Link to Sheet, eine kleine Erweiterung, die es ermöglicht, LinkedIn Profile innerhalb von Google Docs abzuspeichern. Dann haben wir den LinkedIn Messenger Assistant, ein Textbaustein für LinkedIn, wirklich nur einer. Pulse verlinkt in eine recht elegante Möglichkeit, Umfragen direkt in den Newsfeed zu integrieren. Und dann haben wir Responsive CV, damit exportieren Sie Ihren eigenen Lebenslauf in ein PDF oder Online Dokument mit diesem Designer. Dann ist noch dabei Shield keine Chrome Extension, sondern ein Cloud Service. Und selbstverständlich darf ich Ihnen dann auch die offizielle LinkedIn Chrome Extension nicht vorenthalten. Also wie gesagt Fragen, Kommentare immer gern. Ich möchte Ihnen jetzt gleich mal die ersten 4 Tools etwas detaillierter vorstellen und Ihnen auch zeigen, wie diese denn in der Praxis funktionieren. Die erste Extension, die ich euch zeigen möchte, heißt CV Timeline vor LinkedIn und richtet sich an eine sehr spezifische Nutzergruppe, nämlich an Recruiter bzw. an Personen, die sich innerhalb kurzer Zeit einen Überblick über eine größere Menge an Profilen verschaffen möchten. Funktioniert so, dass wann immer man ein LinkedIn Profil aufruft, dann blendet diese Extension hier oben eine zusätzliche Ansicht ein, eben eine klassische Zeitlinie und diese Daten, die werden befüllt mit den Daten aus dem jeweiligen LinkedIn Profil. Zusätzlich gibt es hier in eine rechte Spalte, die einige aggregierte Daten eben anzeigt. Wie viel da zu sehen ist, hängt eben davon ab, wie viel man am eigenen Profil eingetragen hat. Das Ganze ist auch responsive, das heißt man muss nicht horizontal scrollen und auch ganz interessant, hier gibt es auch aggregierte Daten, in welchen Branchen hat die betreffende Person wie lange gearbeitet, eben alles automatisch erstellt aus den LinkedIn Profildaten. Der einzige Nachteil dieser Extension, soweit ich gesehen habe, ich habe zumindest keinen Weg gefunden, wenn man die einmal installiert hat, dann bleibt diese Ansicht auch bestehen bzw. man kann den nicht zwischendurch abdrehen, aber praktischerweise diese Timeline ist vollkommen kostenlos, allerdings in der Gratisversion, soweit ich weiß, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind die Ansichten beschränkt. Ich meine auf 300 Profilansichten im Monat, eben in dieser Art. CV Timeline, sehr sehr nützliches Helferlein, deaktivieren wir hier wieder mal und damit komme ich zu meinem zweiten Tipp, eine Extension mit viel größerem Mass Appeal sozusagen, die rüstet nämlich eine Funktion nach, die viele Nutzer von LinkedIn Premium vermissen. Da gab es früher mal die Möglichkeit Notizen zu Profilen anzulegen, über den Sales Navigator kann man das nach wie vor machen, aber den haben natürlich nicht alle und LinkedIn Notes rüstet genau das nach und zwar wird da hier am rechten Rand, da ist jetzt gerade knapp aus dem Bild, ein Button eingeblendet und dann kann man hier rausziehen und wenn man gerade ein LinkedIn Profil geladen hat, kann man dieses mit Tags versehen, also mit Schlagwörtern, man kann Notizen durchsuchen und eben neue Notizen anlegen, speichern, beliebig viele, die bekommen dann auch eben einen Zeitstempel und wenn man sich nicht auf einem LinkedIn Profil befindet, dann beschwert sich das Plugin eben auch, ist keine Profilpage. Sehr sehr nützliche Funktion, ebenfalls vollkommen kostenloses Plugin. Die einzige Sache ist eben diese Daten, diese Notizen, die man hier abspeichert, die werden lokal im Browser gespeichert und wenn man das Ganze über Google Drive synchronisieren möchte, was natürlich noch viel praktischer ist, weil diese Daten dann auf jedem Rechner zur Verfügung stehen, diese Notizen, dann muss man die Pro-Version erwerben. Aber wie gesagt, auch bereits als kostenlose Extension eine sehr sehr nützliche Sache für jede und jeden, der oder die schon mal diese Notizfunktion vermisst hat in der Vergangenheit. Und damit kommen wir zur dritten Extension. Sie sehen sie hier auf meinem LinkedIn Profil, nennt sich Link to Sheet und blendet eben auf LinkedIn Profil in diesen zusätzlichen Button ein. Was Link to Sheet tut, auf Knopfdruck öffnet sich hier ein Popup, das wird automatisch befüllt mit den jeweiligen Profildaten, also Name, Headline, die Location. Auch hier kann man Notizen machen und dann, nach vorhergehender Autorisierung, speichert man diese Daten in einem Sheet in Google Docs. Das heißt, man gibt hier einen Dateinamen an, kann auch mehrere Sheets verwenden und innerhalb dieses Sheets dann im jeweiligen Tab, wo das gespeichert wird. Und was dieses Programm da macht, auf Knopfdruck speichert es mir diese Profile in das jeweilige Google Sheet. Wenn ich das mal öffne, sieht dann eben so aus. Und auch sehr, sehr praktisch, wenn man sich Notizen machen will, beziehungsweise auch wenn man sich Listen anlegt, um Personen zu kontaktieren oder wozu auch immer, dann ist das eine ganz feine Möglichkeit, die sozusagen auf recht simple Weise auch eine Funktion des Sales Navigators unter Anführungszeichen nachrüstet. Nämlich eben die Möglichkeit, Kontakte in Listen abspeichern zu können. Der vierte Helfer auf unserer Liste, da muss ich jetzt wieder auf ein anderes Profil gehen, der kommt relativ simpel daher, kann aber auch einiges an Zeit sparen. Sie sehen hier dieses kleine rote Flugzeug-Symbol, das wird eingeblendet vom LinkedIn Messenger Assistant, der implementiert eine an sich sehr sinnvolle Funktion, nämlich selbst definierbare Textbausteine. LinkedIn bietet im Chat ja immer wieder so Autorauswahlmöglichkeiten an, aber eben gedacht für wiederholende Texte. Funktioniert so, wenn ich hier draufklicke auf den Profil, dann öffnet sich eine neue Nachricht und die enthält den vorher von mir definierten Text. Ganz besonders interessant ist, dass man hier auch Variablen einfügen kann, also in dem Fall den Vornamen, der wird dann automatisch aus dem Profil befüllt und ich muss in weiterer Folge dann nur mehr auf Absenden klicken. Ein kleiner oder gar nicht so kleiner Nachteil daran, hier sehen wir die Oberfläche des Plugins, es gibt tatsächlich, hier sehen Sie die Variablen, die man verwenden kann, es gibt da leider tatsächlich nicht mehrere Textbausteine, die man vordefinieren kann, sondern eben nur einen einzigen. Aber dennoch, wenn man öfter mal die gleiche Nachricht schickt, kann das auch einige Klicks sparen. Die zweite Sache, dieser Link, dem Messenger Assistant, ist eben nur verfügbar über diesen Profilbutton und nicht im Messenger. Da wäre es natürlich auch praktisch, wenn man auf diese vordefinierten Formulierungen zugreifen könnte. Die bisher vier vorgestellten Erweiterungen sind sogar kostenlos und wie Sie jetzt gemerkt haben, sind wir vom Arztzimmer wieder ins Studio gewechselt. Ich habe vor ein paar Tagen meiner Frau geholfen bei ein paar Fotoaufnahmen. Ein herzliches Willkommen an die neu dazugekommenen Zuseher. Wir unterhalten uns hier heute über die nützlichsten Extensions für LinkedIn. Kleine Helferchen, die Zeit und Nerven sparen. Es ist verdächtig ruhig. Ich freue mich, wie gesagt, sehr über Kommentare, Fragen und Anregungen. Wenn Sie selber vielleicht den einen oder anderen Tipp haben oder Software, die Sie verwenden, um die Produktivität mit LinkedIn zu steigern, dann freue ich mich natürlich auch. Aber ein simples kleines Hallo ist natürlich auch immer gern gesehen. Wie gesagt, trotz Halloween garantiert eine Horror-Clown-freie Sendung. Und damit kommen wir zum zweiten Teil. Die zweiten vier Extensions, die ich Ihnen vorstellen möchte, ja, schauen wir uns die mal im Detail an. Was gibt es noch an nützlichen Helferlein? Nun, da ist Pulse verlinkt in. Eine Extension, die mir vor allem wegen der smarten Art der Integration recht gut gefallen hat. Sie sehen hier auf meiner Startseite in der Postingbox, da gibt es einen neuen Punkt, Create Poll. Der kommt nicht von LinkedIn, sondern der wird eben von dieser Extension eingefügt. Das ist im Prinzip ein externer Anbieter und zwar Pulse, QA nennt sich der. Ein Startup, das sich eben ganz auf Umfragen, auf Online Polls konzentriert. Was passiert, wenn wir hier auf Create Poll klicken? Ganz simpel, so wie man es eben gewohnt ist von Umfragen. Man gibt eine Frage ein und hat dann die Möglichkeit mindestens zwei oder mehrere Antwortalternativen einzutragen. Postet anschließend diese Umfrage im Feed. Ich habe das auch ausprobiert. Das Ganze sieht dann im Posting so aus. Und was ich jetzt spannend daran finde, wenn andere Nutzer diese Extension auch installiert haben, dann sehen Sie hier direkt im LinkedIn Posting die Live-Daten, nämlich eben 13 Members in dem Fall, die teilgenommen haben und auch die Abstimmungsergebnisse. Ich habe gefragt, brauchen wir Umfragen auf LinkedIn? Eben 77% ja, 23% nein. Wenn jemand diese Extension nicht installiert hat, dann sieht er hier nicht die Live-Daten, sondern ein generisches Vorschau-Bild. Klickt dann da drauf und kommt eben in weiterer Folge zu dieser extern gehosteten Umfrage. Ist jetzt sicher keine super wichtige, dringende Funktion und man kann ja, wenn man unbedingt Umfragen braucht, das Ganze auch über die Emojis abwickeln oder man kann einfach auch nur via Kommentar nach den Meinungen des gesetzten eigenen Netzwerks fragen. Aber dennoch, ich habe es recht spannend gefunden, wie das Ganze hier integriert wird. Und dann kommen wir zu einem weiteren Thema, die sechste Extension. Es soll ja dem Vernehmen nach immer noch Unternehmen geben, die einen klassischen Papier-Lebenslauf möchten. Und da gibt es auch einige Anbieter, die sich online darauf spezialisiert haben, eben solche Lebenslauf-Editoren anzubieten. Und dieses Responsive CV, das ist das Responsive, Resume Maker for LinkedIn. Wenn Sie Ihr eigenes Profil aufrufen und dann hier auf diesen großen grünen Button, Make Resume from LinkedIn, dann ruft er hier einerseits Ihre Daten ab, ruft dieses Street Service auf und da passiert eine ganze Menge Dinge. Sie bekommen dann gleich einen automatisch angelegten kostenlosen Account mit der E-Mail-Adresse und die Daten zugeschickt. Und Sie kriegen aber eben auch hier diesen Lebenslauf. Da gibt es dann verschiedene Templates, die man auswählen kann. Manche davon sind nur in der Premium-Version verfügbar. Andere gibt es auch kostenlos. Man kann das Ganze dann auch noch editieren und anpassen, beziehungsweise es gibt auch eine Mobil-Version davon. Ja, herunterladen. Um das Ganze dann herunterladen zu können, muss man die mobile Applikation installieren. Ist auch so eine Funktion, die war früher mal bei LinkedIn Premium mitenthalten, dass man aus dem Lebenslauf ein PDF machen konnte, gibt es derzeit, beziehungsweise vorübergehend auch nicht mehr. Wenn jemand also so etwas braucht, dann ist sicherlich der Responsive CV Maker eine recht gute Alternative. Und damit kommen wir zu einem Tool, das sozusagen vor allem die Hardcore Content Creators ansprechen dürfte. Die Schweizer haben es erfunden. Meines Wissens die eigentlich allererste externe Analyse ab für LinkedIn ist kostenpflichtig. Es gibt eine Gratis-Probewoche und dann glaube ich 8 oder 10 Dollar pro Monat für persönliche Accounts, 20 Dollar pro Monat für die Company Pages. Ich habe hier den persönlichen Account. Was Shield im Wesentlichen tut oder Shield Up im Wesentlichen tut? Es zeigt aggregierte wöchentliche und monatliche Statistiken an. Monatlich gibt es jetzt bei mir noch nicht so rasend viel zu sehen, weil das Programm beginnt eben die Daten zu tracken ab dem Moment, wo man es installiert, beziehungsweise der Cloud Service. Das ist die eine Sache. Und zum zweiten bekommen Sie hier eine detaillierte Übersicht über einzelne Postings, eben mit den wichtigsten Daten, wie viele Views hat dieses Posting gehabt, mein Top Posting von dieser Woche über die B2B Marketing Studie, wie viele Likes gab es, wie viele Kommentare, wie oft ist das geteilt worden. Sie können dann auch eine solche Verlaufs-Grafik dazu aufrufen, direkt auf LinkedIn hinspringen und das Ganze nochmal resharen, beziehungsweise den Link ins Clipboard kopieren. Sie sehen hier um welchen Postingtyp es sich handelt, Dokument, Bild, Video und man kann einzelne Postings hier auch mit Tags versehen. Shield ist noch ziemlich neu. Was mich persönlich sehr stört, ist, dass man hier in dieser Postingliste, Sie sehen hier, das sind einige Postings mit New Views, das sind Großteils Ankündigungen, die ich in Gruppen geteilt habe. Das wird hier nicht unterschieden zwischen dem persönlichen Newsfeed, dessen Reichweite in der Regel ja sehr viel größer ist und es gibt zumindest bisher auch noch keine Exportfunktion nach Excel. Also was Shield sozusagen tut, ist im Wesentlichen nichts anderes, als was jeder, der gut mit Excel umgehen kann, auch selber machen könnte. Der Vorteil ist natürlich, die Daten werden live erhoben und auch wenn es später Zugriffe gibt, fließen die da ein und man spart sich vor allem eben die händische Hin- und Herkopiererei der einzelnen LinkedIn-Leistungsdaten. Insofern also eine ganz nützliche Sache, ob es einem, ich glaube, der individuelle Account kostet 80 Dollar bei jährlicher oder 80 Euro bei jährlicher Bezahlung, ob einem diese erweiterten Analysemöglichkeiten wert sind, das muss natürlich jeder Nutzer für sich selbst entscheiden. Und damit komme ich zum letzten Eintrag in unserer exklusiven kleinen Extension-Runde und zwar, dass die offizielle Chrome Browser Extension von LinkedIn darf hier natürlich auch nicht fehlen und ich muss den Browser hier mal verschieben, damit Sie meine Leiste sehen. Die tut was ganz Simples, das ist die hier, das kleine blaue Icon und das zeigt einfach nur Notifications, Messages mit dieser kleinen roten Overlayzahl an, wie man es eben kennt und man kann dann auch mit einem Klick gleich LinkedIn öffnen. Sozusagen eine interaktive Bookmark und die simpelste Extension hier in unserer Aufzählung. Hallo Martin, soviel also zum zweiten Teil. Blau kann man natürlich auch machen. Heute mal beginnend als Hell of In Special sozusagen ohne blaue Filtermaske. Das also die nützlichsten 8 LinkedIn Extensions und wie gewohnt werden Sie auch anschließend alle Links in dem Fall zum Extension Mission Directory unter dem Beitrag finden, direkt im Anschluss an die Sendung. Und übrigens zum Thema Halloween. Vielleicht wird hier doch nicht ganz so Horrorclown frei. Mir ist nämlich gerade eingefallen, dass ich vor drei Jahren am 31.10.2016 ein Special am Blog veröffentlicht habe und zwar eines der beliebten Selbstevaluierungsquizes. Welche Art Horrorclown bist du? Also wenn Sie Halloween Entertainment suchen, ich werde auch dieses Quiz verlinken im Anschluss. Ja und damit zu unserer DoggyCam. Bula grüßt an dieser Stelle alle unsere Zuseher ganz ganz herzlich und wir kommen zum Gastbeitrag von Martin Goldmann. Ich finde es mal ein bisschen schade, wenn man dauernd von Content erstellen spricht. Die Leute haben alle Content Strategien und Pläne und was weiß ich noch alles und dann muss eben der Content noch erstellt werden. Das klingt so, als müsste man irgendwie Wasser in eine Regentonne füllen. Also irgendwie füllt sich das Ganze schon auf. Und da spricht mir zu wenig Wertschätzung für all diejenigen heraus, die tatsächlich da unten im Maschinenraum sitzen und Texte schreiben. Ich finde es ein bisschen schade, wenn man dauernd von Content erstellen spricht. Die Leute haben alle Content Strategien und Pläne und was weiß ich noch alles und dann muss eben der Content noch erstellt werden. Das klingt so, als müsste man irgendwie Wasser in eine Regentonne füllen. Also irgendwie füllt sich das Ganze schon auf. Und da spricht mir zu wenig Wertschätzung für all diejenigen heraus, die tatsächlich da unten im Maschinenraum sitzen und Texte schreiben, so heißt das nämlich, Videos drehen und Podcasts produzieren oder aufnehmen. Das sind alles ganz konkrete Tätigkeiten, die mit einem ganzen Haufen Arbeit verbunden sind. Das Schwierige ist, wenn man Content in guter Qualität herstellen will, also wenn man gute Videos drehen möchte, gute Podcasts aufnehmen und gute Texte schreiben, dann kostet das einfach eine Menge Zeit. Und ich habe oft den Eindruck, dass dieser Zeitfaktor so stark limitiert ist, dass einfach Texte hingeschmissen werden. Und dass dann der zweite entscheidende Arbeitsschritt fehlt, nämlich über die Sachen nochmal ordentlich drüber zu gehen, die so zu kürzen, dass die wirklich kurz, knackig und schnell erzählen und auch nicht die Zeit des Publikums verschwenden. All das macht man, wenn man Texte verfasst. Also wenn man die nicht nur schreibt, sondern hinterher auch nochmal drüber geht und die kürzt und schön macht. Wenn man Videos produziert, dass man die Videos nicht nur aufnimmt, sondern vorher ein Skript macht und nachher noch ordentlich schneidet und sich dann auch noch um die Distribution kümmert. Und wenn man Podcast aufnimmt, ist das auch eine ganze Menge Arbeit. Man muss das vorher planen, was man erzählen möchte. Man muss das Ganze aufnehmen und dann muss da noch eine ordentliche Postproduktion dahinter. Und das Ganze nur unter Content erstellen zusammenzufassen, finde ich, wird dem Ganzen nicht gerecht. Also mehr Wertschätzung bitte für alle, die Texte schreiben oder verfassen, die Podcasts produzieren oder aufnehmen und die Videos drehen oder eben auch produzieren. Mit der ganzen Postproduktion ist ein Haufen Arbeit. Also mehr Wertschätzung für Content. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Teil der heutigen Sendung unserer beliebten Rubrik Status Updates der Woche. Und Sie beginnen diesmal gleich mit einer Ankündigung Virtual Identity Late in Wien zu einem Nachmittag, indem Studenten, Studierende an der Universität, an der FH in die praktische Arbeit von Social Media Managern eintauchen können. Sie schreiben hier, gemeinsam erarbeiten wir Strategien gegen Shitstorms und Rolle. Wir erstellen Content für echte Kunden und arbeiten an der Erreichung von Social Media Zielen. Das Ganze passiert am 26. November von 14 bis 18.30 Uhr bei Virtual Identity in der Schönbrunnerstraße 213 in Wien. Anmeldung via E-Mail unter events at virtualidentity.com. Ich denke, das ist eine sehr willkommene und spannende Gelegenheit für jeden, der daran mal denkt, später in dem Bereich zu arbeiten, Einblicke in die Praxis zu bekommen. Also sehr empfehlenswerter Event. Dann hat Raimund Simons heute gepostet die Ergebnisse des Business Insider Intelligence 2019 Digital Trust Report. Das ist mal ein langer Titel für ein White Paper oder für eine Umfrage. Und das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Und zwar machen sie das anhand oder entlang von sechs Dimensionen. Nämlich Sicherheit, Legitimität, Community, Nutzererfahrung, Shareability, wie kann man das übersetzt, Teilbarkeit und Relevanz. Und in diesem Jahr hat Business Insider 1974 Mitglieder befragt in diesem Panel, um eben herauszufinden, wie es um die Wahrnehmung von Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, Snapchat und Pinterest steht in Sachen Vertrauen. Und relativ wenig überraschend hat auch in diesem Jahr LinkedIn gewonnen, sozusagen Platz 1 gemacht. Die haben diese selbe Umfrage auch schon 2017 und 2018 durchgeführt. Also jeweils LinkedIn auf Platz 1 in Sachen Digital Trust. Was man hier auch sieht, 2017 lag Facebook noch auf Platz 2. Die haben hier einen diagonalen Abstieg hingelegt. Pinterest recht weit vorne in der Gunst der User. Twitter auch nicht so wahnsinnig populär. YouTube ebenfalls nicht. Also interessant auch diese Diskrepanz, dass hier Facebook und Instagram dann doch als zwei verschiedene Netzwerke oder Unternehmen wahrgenommen werden. Leider gibt es diesen vollständigen Report. Ich hätte nämlich gerne wirklich die Deltas, die Abstände gewusst. Den gibt es nur für Business Insider Mitglieder. Und hier auf der Seite findet man nur eine kurze Zusammenfassung und die Key Findings eben LinkedIn was the most trusted platform among respondents for the third year in a row. Facebook eben stark abgestiegen und auch spannend. Millennial respondents are significantly more annoyed by Instagram ads than last year. Also auch hier sinkt sozusagen die Werbetoleranz auf Instagram. Victoria Cooks hat vor vier Tagen die Frage gestellt, wie oft sollte ich posten? Sie hat nicht nur die Frage gestellt, sondern auch Best Practices dazu veröffentlicht in Sachen Instagram, Facebook und Pinterest. Hier ein sechsseitiges Posting. Da geht es um den Algorithmus, um ihre eigenen Erfahrungen und letztendlich stimmt es natürlich, man muss testen, testen, testen. Victoria empfiehlt hier mindestens dreimal die Woche neue Inhalte auf Facebook zu teilen. Bei Pinterest ist offenbar auch die Rate zwischen Re-Pins und Pins sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall eine Frage für jeden, der sich professionell mit Social Media beschäftigt. Wie ist das so mit der Frequenz? Auf LinkedIn ist die Antwort darauf relativ klar. Ich würde nicht raten, mehr als zwei Postings pro Tag zu machen und idealerweise auch mindestens 180 Minuten Abstand dazwischen zu lassen. Ansonsten kannibalisiert man die eigene Reichweite im Feed. Hier nochmal, sorry, ich hatte die Browser-Tabs falsch angeordnet, nochmal ein Reminder, das Social Media Workout bei Virtual Identity. Also so sieht hier das Sujet aus dafür. Und das nächste Status-Update der Woche stammt vom sehr geschätzten Kollegen Esa bzw. vom Kollegen Esa und vom Kollegen Ilkay mit dem ganz einfach auszusprechenden Nachnamen Ötzke Sauglu. Ja, ich glaube, ich habe es passabel hinbekommen. Die beiden haben sich unterhalten für einen Video-Podcast von Engin. Den gibt es hier auf LinkedIn in der 10-Minuten-Beschränkung und auf YouTube in der vollen 18-Minuten-Länge. Wir hören hier nur mal ganz kurz rein. Das ist der liebe Ilkay. Und wir haben uns nur kurze Intro kennengelernt über LinkedIn. Er ist eine richtige B2B-Maschine, was komplett, ich sage es einmal, auch B2B-Wachstum betrifft in unterschiedlichen Branchen und Ischen. Aber mein Vorschlag, Ilkay präsentiert sich selbst und stellt sich mal ganz kurz vor, Wasser denn auch wirklich alles zu machen. Also, Engin, vielen Dank für die Einladung zu deiner Video-Reihe, Video-Interview-Reihe. Und herzliche Grüße nach Linz. Ich bin ja hier im Norden Bayerns. Also, sehr, sehr spannendes Interview. Ich kann nur empfehlen, die vollen 18 Minuten auf YouTube anzusehen. Link folgt natürlich wie immer unter dem Video, direkt im Anschluss. Und damit noch ein Hinweis auf eine Veranstaltung, die erst im nächsten Jahr stattfinden wird. Na gut, erst, wir haben morgen November, so lange ist es ja nicht mehr hin, das Growth Hacking Meetup Nummer 2 in Wien. Organisiert und gehostet von Thomas Herzberger. Ein, ja, sehr bekannter Growth Experte, Buchautor. Wir werden den Abend gemeinsam gestalten. Ich werde über ein paar Growth Hacks mit und bei LinkedIn sprechen. Das Ganze findet statt am 13. Jänner. Event-Link folgt ebenfalls. Und damit noch eine, ja, auch noch eine Event-Ankündigung. Wir sind voller Event-Ankündigungen heute. Morgen ist selbstverständlich wieder Linked Friday, sozusagen die erste Feiertags-Edition. Ich bin mal gespannt, ob auch am Feiertag die oder der eine oder andere online sein wird und sich vielleicht beteiligt. Ich würde mich natürlich darüber sehr freuen und werde auf jeden Fall mitmachen morgen beim Linked Friday. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der 14. Datenschmutz Linkedin Show. So, nochmal kurz reinschauen bei den Kommentaren. Ist ja gar nicht so einfach mit dem Multitasking. Ja, Martin, kurz blau, musste es sein. Ja, damit wünsche ich Ihnen allen einen wunderbaren Feiertag bzw. ein entspanntes, verlängertes Wochenende. Wir lesen, hören und sehen uns auf LinkedIn. Ciao. Ciao. utt